Es liegt an uns, dass etwas Neues beginnt. Dafür müssen wir nichts umstürzen und nichts abreißen. Aber wir wollen etwas ändern, denn es muss sich etwas ändern. Was wir ändern müssen, liegt in der Zukunft nicht in der Vergangenheit. Und darum zählt nicht der Blick zurück, sondern der Blick voran. Neue Fragen brauchen neue Antworten. Wir wollen im Wettbewerb in einer rauer gewordenen Welt bestehen. Wir müssen uns diesen Änderungen stellen, um frei entscheiden zu können, wer, wie, was wir sein wollen. Frei und solidarisch, offen und wehrhaft, mittelständisch und umweltfreundlich. Vieles entscheiden wir dort, wo wir leben, arbeiten, Freunde treffen. Anderes geht uns als Nation an. Für manches brauchen wir Europa. Es geht nicht um links oder rechts. Wir wollen nach vorn. Und zwar jetzt und nicht erst morgen oder 2021. Wir müssen wissen, es geht um sehr viel. Es geht darum, dass die Menschen im Wandel Sicherheit spüren. Es geht darum, dass Europa nicht scheitert. Es geht und es geht um viele mitmachen. Also, traut ihr euch?